Schön, wieder hier zu sein. Freut mich. Zweite Staffel. Ich bin sehr glücklich vergeben. Ich heiße Laura Marie Geisler. Ich bin beruflich Rennfahrerin. Ich habe heute ein großes Fotoshooting, weil ich ja vorhabe, vielleicht noch mal ein bisschen zu modeln. Die Anfrage kommt, bei der vierten Staffel von Das Boden mitzuspielen. Nächste Woche ist der erste Drehtag. Ich habe mein Dekolleté ein bisschen verschönern lassen. Es ist sehr schön geworden. Ich bin Zeuge. Wie ist die Stimmungslage innerhalb der Familie momentan? Fick dich, ey. Im Moment sind so ein paar düstere Wolken über unserer Familie. Also es war auf jeden Fall mit die schwerste Zeit meines Lebens. Dadurch, dass bei Jimmy schon diese ein, zwei Geschichten gab, die wir halt alle wissen, haben wir natürlich auch Angst, dass alles, was er tut, zu schnell ist. Meine Unterschrift. Ja, Chayenne hat sich gerade aus der Familiengruppe verabschiedet. Es gibt da einfach so Kleinigkeiten, die mich dann einfach nerven. Erzähl mal, was sind die letzten Sachen, die noch gemacht werden müssen? Dich von der Hochzeit aus. Ich kann auch anders sein, wenn ich will. Ich bin nicht ihre Freundin. Ich habe noch was vergessen zu sagen, ne? Ich. Ja, ich auch. Streiten, lieben, streiten, lieben. Streiten, lieben. Ich will mit Nino wirklich für immer zusammenbleiben. Fuckin' ja! Es hat sich viel getan. Es sind neue Häuser dazu gekommen. Wir konnten mehr Kinder aufnehmen. Fakuna, was da da war? Wiiiiiii! Ey, du bist seit der Folge gegangen. Ich bin ein. Ich bin der Wege. Bussisch. Nijm! Nijm! Oh, oh. Du bist so, so. Oh, yeah, du. Bis zum nächsten Mal.